Hi! Willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Heute ist mal wieder so ein Lieblingszimmer von mir dran. Wie saft, Eisaromen. Man klopft es kaum mehr. Und wir fangen mal direkt an. Nicht lange auf den Folter spannen. Kurz und schmerzlos, wie es gehört. Wollen wir direkt anfangen. Das ist so ein Donut-Mix. Deswegen ist das erste Aroma Donut. Typenbezeichnung 912201. Doseempfehlung 0,5 bis 3,1 Gramm. Davon habe ich 2,5% benutzt. Nicht umfallen. Als zweites Pistazien. Typenbezeichnung 935221. Doseempfehlung 0,5 bis 1,8 Gramm. Davon habe ich 1% benutzt. Und als drittes und allerletztes Kustart. Typenbezeichnung 935393. Doseempfehlung 1 bis 2,5 Gramm. Und davon habe ich 1,5% benutzt. Das kommt dabei heraus. Leicht bräunlich. Auch hier mal wieder knappe 4 Wochen ziehen lassen. Eine 70,30 Base und 3 Milligramm Nikotin. Das wollen wir mal direkt testen. Pistazien kommt durch. Das möchte ein Teckgeschmack. Das wird ein Donut sein. Aber Pistazien ist schon mal genial. Ohja. Wie zum kleiner, nussiger Donut. Das schmeckt einfach nur genial. Pistazien schmeckt geil, nussig, der leichte Donutgeschmack, dieser Teig. Und dann noch natürlich, wie es gehört, die leichte Süße von diesem Vanille. Also Vanille Pudding besser, der Krustat. Es passt wie Arsch auf einmal. Ja. Genial. Auch das schmeckt mal wieder gut. Ich finde auch, das ist alles so dezent gehalten, nicht chemisch. Aber das ist fast bei jedem Aroma hier von Eisarom. Da schmeckt halt alles natürlich. Und nicht wie Chemiebaukasten, sondern einfach nur rein, frisch vom Strauch. Ja, einfach nur genial. Da kann man nicht viel dazu sagen. Und wie gesagt, hier ist es gelungen. Das passt einfach nur genial zusammen. Mir schmeckt es. Geschmack getroffen. Natürlich auch hier, was wieder süßer mag. Kann nur Zucker weiter mit rein klatschen, ja. Oder irgendwie so in die Richtung. Das und nach oben offen. Und die Kombi. Hat es mir auch schon wieder angetan, ja. Auch wie immer. Oder wie so oft. Experiment genommen. Ja, das läuft. Man kann nichts falsch machen. Und alle, wie gesagt, jetzt auch mal wieder. Diese Pistazien-Marke, ja. Das ist leicht nussig und diesen Donut eh. Okay. Probiert es aus. Wird sehen. Kommt gut an. Kann man auch probieren. Schmeckt genial. Ja. Viel Wasser wieder nicht heute. Ich kann ja noch hier vom ganzen Leben erzählen. Das wollte er nicht. Das sind andere Videos. Ich kann sagen, ich bin dann raus. Wer es sonst gemacht hat, kann ich keinen. Mann ey. Wird so viel Dampf ist immer noch zwischenstrinken. So. Besser. Wie gesagt, was man gemacht hat. Abo da lassen. Kommentar schreiben. Antwort kriegt er. Ihr könnt auch gerne die Glocke betätigen. Da sind ja jetzt mal, wenn ein neues Video klauen wird. Und was ich immer wieder sagen kann. Adventure Buddies Deutschland. Unten. Vielleicht werde ich es überhaupt verlinken. Da sind noch Lost Place Videos von mir und Matze. Auch einfach nur genial. Oder auch mein Kanal. Sind auch Videos drin. Mal reinschauen. Wenn Interesse mir steht. Dann möge ich euch nicht weiter nerven. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und zock auf Wiedersehen. Und bis dahin. Gut Dampf.